Leute, ratet dreimal, was ich euch jetzt vorsinge. Das heißt, Döner wie immer. Let's go! Leute fragten mich immer, was hast du gegessen? Meine Antwort war, Döner wie immer. Und Leute fragten noch, hat es geschmeckt? Ich sagte ja, es hat mir geschmeckt. Es hat mir geschmeckt wie immer. Wie? Wie immer? Leute fragten mich immer, was hast du gegessen? Meine Antwort war, Döner wie immer. Leute fragten noch, hat es geschmeckt? Ich sagte ja, es hat mir geschmeckt. Es hat mir geschmeckt. Es hat mir geschmeckt wie immer. 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 Na? Hat es euch gefallen? Dann drückt aufs Like. Oder soll ich was verbessern? Dann kommentier es. Dann würde ich sagen, ciao. Oh. So. So.